Sir, sie greifen an! Ich fordere euch heraus! Ein Krieger gegen den anderen! Und der stärkste von uns soll Mandalore regieren! So sei es! Gebt ihm seine Waffe! Für Mandalore! Oh! 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 Oh, oh, oh! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ah! Wie ihr schon sagtet, nur der stärkste. Soll regieren. Ich nehme dieses Schwert und erhebe Anspruch auf meinen Platz als Anführer der Death Watch. Niemals. Kein Außenseiter wird über Mandalore herrschen. Wenn ihr euch mir nicht anschließt, werdet ihr alle sterben. Ihr seid alle Verräter! Bedauerlicherweise für euch wird die Geschichte das nicht so sehen. Tötet sie! Tötet sie! Tötet sie! Tötet sie! Tötet sie!